Wir schauen uns jetzt an, wie bibliografische Angaben in Zotero gelangen und zu Zotero einträgen werden. Dafür gibt es drei verschiedene Wege. Wir starten mit dem praktischsten Weg, dem automatischen Importieren von Angaben über den Browser-Connector. Wenn zum Beispiel in einem Bibliothekskatalog recherchiert wird, können ganz einfach aus einer Ergebnisliste mehrere oder einzelne Ergebnisse in Zotero importiert werden. Das Icon für den Browser-Connector befindet sich in der Symbolleiste des Browsers. Es kann je nach Art des Eintrags, den Zotero erstellen wird, unterschiedlich aussehen und es ist als Save-to-Zotero-Icon erkennbar. Um mehrere Suchergebnisse zu importieren, wird über das Zotero-Icon ausgewählt, welche Einträge übernommen werden sollen. Hier ist ersichtlich, in welchen Ordner in Zotero die Einträge gespeichert werden, was wenn nötig angepasst werden kann. In Zotero ist nun ersichtlich, dass die beiden neuen Einträge automatisch hinzugefügt wurden. Es ist auch möglich, nur ein einzelnes Ergebnis zu importieren. Das geht fast genau gleich. In diesem Fall ist das Save-to-Zotero-Icon nun ein Buch und nicht wie vorhin bei der Mehrfachauswahl ein Ordner. Das geht nicht nur mit Bibliothekskatalogen, sondern auch mit anderen Quellen im Internet wie E-Books auf Verlagseiten oder Wikipedia-Einträgen. Hier sind die automatisch erstellten Einträge. Bei Medien, die eine URL haben, wird dem automatisch erstellten Eintrag standardmässig ein Screenshot der Webseite hinzugefügt. Dies ist eine Momentaufnahme der Webseite, die es erlaubt, den Inhalt der Webseite zu diesem Zeitpunkt zu belegen, was bei sich häufig ändernden Webseiten sehr nützlich ist. Manchmal ist es notwendig, die Eintragsart anzupassen. Hier kann aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt werden. Diese Meldung erscheint, weil für unterschiedliche Eintragsarten verschiedene Felder verfügbar sind. In diesem Fall ist der Verlust der Angabe zum Bibliothekskatalog nicht weiter schlimm. Nun wurde die Art des Eintrags zu einem Webseiteneintrag verändert. Es fällt auf, dass hier zum Beispiel die Angaben zum Autor fehlen oder hier eine Autorin doppelt aufgeführt wird. Zudem sind diese beiden eigentlich herausgebende. Manchmal werden auch Informationen in falsche Felder eingefügt oder nur fehlerhaft übernommen. Dies geschieht, weil nicht alle Datenbanken und Webseiten immer perfekt für Sotero verständliche Daten zur Verfügung stellen. Darum muss jedes Mal, wenn Daten automatisch übernommen werden, geprüft werden, ob sie korrekt und vollständig sind. Das ist sehr wichtig, weil die hier in Sotero abgespeicherten Angaben später für automatisch erstellte Zitate genau so übernommen werden. Ein anderer Weg führt über das Zauberstab-Icon und das Eingeben eines eindeutigen Identifikators, zum Beispiel einer ISBN für Bücher oder einer DOI für Artikel. Über diese eindeutige Identifikation kann Sotero die dazugehörigen bibliografischen Angaben automatisch aus Datenbanken importieren. Auch dies sind automatisch übernommene Angaben, die in jedem Fall geprüft und allenfalls ergänzt werden müssen. Die dritte Möglichkeit ist, die Einträge manuell zu erfassen. Dazu wähle ich aus, in welchem Ordner der Eintrag entstehen soll, erstelle über das grüne Plus-Icon einen neuen Eintrag, wähle die Eintragsart aus und fülle die Felder der neu erstellten leeren Schablone aus. Dabei muss besonders gut darauf geachtet werden, keine Tippfehler zu machen. Für die Eintragsart zu sparen und die Eintragsarts erwarten, wird es ihn vermutlich spekuliert, aber das eindeutige Dämmölle, re好好endesende unerworte, würde sich abschlafen get täglich in dieser lösung. Wenn die Eintragsart zu sparen, dann befinden sich das Eintragsart zu sparen und ebenso die Eintragsart zu übernommen. Über die Eintragsart zu sparen und die Einteidigkeit Die Eintragsart zu sparen einen Eintragsart zu sparen und